Hey, ich bin Justus und ich fotografiere sehr, sehr gern, bin aber auch sehbehindert. Und zwar sehe ich 20% Sehschärfe, und das von Geburt an. Und das versuche ich gerade in meinen Bildern auszudrücken. Das heißt, ich fotografiere sehr abstrakt, ich nehme gerne Architektur auf und darf meine Details, verdichte Perspektiven und das ist so mein Stil, das mache ich sehr, sehr gern. Was ich auch sehr gern mache, ist mein Mediendesign-Studium. Ich studiere Mediendesign in Ravensburg und Dresden-Dual. Und soweit zu mir, ne? Guckt mal auf meine Website, da findet ihr noch mehr über mich. Meine Bilder zum Beispiel. Ne? Dann? Tschüss. Dann können wir hier, nach Jana.